Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sollte es eigentlich eine neue Folge lebenswert geben, weil heute Mittwoch ist, aber es hat sich in den letzten Tagen so viel getan und ich habe einfach auch gar keine Zeit, jetzt ein richtiges Video aufzunehmen. Deshalb möchte ich auf diese Sache in Form eines Podcasts eingehen und kurz kommentieren. Es geht aber auch um mehrere Dinge, die Schlag auf Schlag kommen in diesen Tagen, deshalb wird es mehrere Kommentare in den nächsten Tagen geben, die dann eben in Podcastform sind, weil ich einfach das in der Zwischenzeit alles gar nicht produzieren kann, also aufwendig produzieren kann mit Video etc. Nehmen Sie bitte vorlieb damit, aber ich denke, wichtig ist vor allem, was ich zu sagen habe, nicht, dass Sie mir in die Augen schauen können. Bleiben Sie gerne dran. Heute möchte ich mich einer ganz akuten Sache widmen. Es sind, wie gesagt, viele Dinge passiert, zum Beispiel auch mit Blick auf den Weltjugendtag, der ist aber erst in ein paar Wochen, deshalb werden Sie meinen Kommentar zu diesem Thema dann die nächsten Tage sehen oder hören und heute geht es um einen offenen Brief. Und zwar haben einige Frauen, die im Forum Frauen in Diensten und Ämtern, also Forum 3 des Synodalen Weges waren, den Synodalen Weg gibt es jetzt nicht mehr in dieser Form, aber die Personen, die da eben mitgemischt haben, haben diesen offenen Brief initiiert. Worum geht es? Es geht darum, dass ja neulich veröffentlicht wurde, wer zur Weltsynode nach Rom fliegt, also im Oktober bei der ersten Sitzung, der ersten Sitzungsperiode des Synodalen Prozesses, also der eigentlichen Synode. Und da sind wohl einige Unstimmigkeiten aufgekommen, denn man hat gesehen, okay, dieser und jener, diese und jene Person ist mit dabei, aber es fehlt nach Ansicht dieser Frauen aus dem Forum Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche eine ganz bestimmte Person und zwar die Präsidentin des ZDK, des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irmel Stetter-Karp. Dementsprechend hat man sich dafür entschieden, einen offenen Brief zu schreiben, um das anzuprangern. Ich habe erstmal herzlich gelacht, als ich davon gehört habe, denn ich kann mich erinnern, dass das ZDK genauso wie Bischof Betzing und andere Bischöfe sich sehr herablassend geäußert haben, vor allem im letzten Jahr, im Frühjahr 2022, als es darum ging, dass kurz hintereinander mehrere offene Briefe vor allem von Bischöfen oder ganzen Bischofskonferenzen an die deutsche Bischofskonferenz, konkret an Bischof Betzing ergingen und dass diese Form des offenen Briefes unangemessen sei, um irgendwas zu kritisieren, dass man daher die Öffentlichkeit nutzen wollte, um sie sozusagen auf die eigene Seite zu ziehen und so weiter. Nun, ein Jahr später oder ich sag mal anderthalb Jahre später ungefähr, nehmen sie genau das wiederum auf, um ihre eigenen Ansichten auf dieselbe Weise medial zu verbreiten, einen offenen Brief. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen inkonsequente und deshalb, wie gesagt, für mich war das sogar ein bisschen amüsant. Ich gehe gleich auf den offenen Brief gerne noch ein bisschen genauer ein, aber zumindest hier schon mal den Hinweis, dass es nämlich eine Namensliste gibt, die man auch öffentlich einsehen kann. Diese Namensliste packe ich Ihnen gerne auch als Link in die Videobeschreibung. Da können Sie die Abgesandten für diese Synode nachlesen aus den verschiedenen Ländern und unter anderem eben auch die europäischen beziehungsweise die deutschen abgesandten. Und was schon länger bekannt war, war, dass Bischof Betzing, Bischof Meier und Bischof Oberbeck mitkommen, also abgesandt sind, ernannt worden sind. Ansonsten steht auch Felix Genn in der Liste in einer anderen Rubrik. Genauso jetzt eben Stefan Oster, der auch hinzugezogen wird. Und dann gibt es noch speziell eingeladene Personen. Da ist auch eine deutsche Person genannt und Professor Söding ist zum Beispiel auch als Experte der Fakultäten ernannt worden. Aber es fehlt eben Irmerstädter Karp und das hat eben jetzt für Unmut gesorgt. Als Hauptkritikpunkt wird gesagt, Irmerstädter Karp repräsentiert den Laien-Katholizismus Deutschlands. Und dementsprechend sei das Ganze einfach nur ein Affront, wenn sie nicht mit dabei ist. Sie war ja auch schon bei der Kontinentalsynode in Prag mit dabei und sie sei da dann schon von den deutschen Teilnehmern bei dieser Kontinentalsynode als Mitglied der Weltsynode vorgeschlagen worden. Anscheinend hat man es nicht berücksichtigt und das ist ein Problem. Wer gehört zu den Unterzeichnern dieses offenen Briefes? Ich werde Ihnen gleich auch ein Interview vorstellen, das Schwester Katharina Gans gegeben hat, die zu den Unterzeichnerinnen gehört. Wer sonst? Also vielleicht einmal kurz zu Katharina Gans. Sie ist Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. Ansonsten haben auch unterzeichnet Aurika Jax, Leiterin der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz und Agnes Wuckelt sowie Monika Grütters. Agnes Wuckelt ist ihnen bestimmt ein Begriff, ist Theologin und hat auch so einiges beim Synodalen Weg in den Redebeiträgen etc. von sich gegeben. Dieser Brief, der offene Brief ist natürlich auch in jemanden gerichtet. Das ist auch immer klar, dass es einen Adressaten gibt und zwar ist angesprochen in diesem Brief Jean-Claude Hollerich, der Kardinal, und natürlich Mario Gregg. Die zwei sind ja verantwortlich für diesen Synodalen Prozess. Aber auch Schwester Natalie Beckhardt ist genannt. Also Emma Stetter-Karp ist als Mitglied der Weltsynode vorgeschlagen worden, ist nicht angenommen worden. Das Problem ist also nicht nur, dass Stetter-Karp nicht berücksichtigt wurde, sondern dass man auch diese Empfehlung ignoriert habe. Und das Ganze ist emotional aufgeladen, weil man schon länger als der Synodale Weg in Deutschland lief, gehofft hatte, dass es zu einem Gespräch, einem gemeinsamen Gespräch mit Rom kommen würde. Aber es habe nie stattgefunden. Und zwar ein Treffen zwischen Papst und dem Präsidium des Synodalen Weges. Es gab ja zum Beispiel dieses interdikasterielle Treffen, also das Treffen der Behördenchefs mit den deutschen Bischöfen und auch das Treffen des Papstes mit den deutschen Bischöfen, aber eben nicht mit dem Präsidium des Synodalen Weges. Das heißt, Irma Stetter-Karp, Professor Söding, etc., die sind nie in einen Dialog gekommen mit dem Papst, was den deutschen Synodalen Weg anbelangt, sondern der Papst hat das dann einfach immer an unterschiedlichen Stellen kritisiert, hat hier und da etwas von sich gegeben oder eben über seine Behördenchefs oder andere Personen Roms haben da was veröffentlicht. Aber das hat schon lange für Unmut gesorgt. Es hat sich also gestaut, es hat sich also etwas aufgebaut und dementsprechend ist man jetzt besonders genervt. Wie kam es zu dem offenen Brief? Die Teilnehmer des Frauenforums haben ein Nachtreffen veranstaltet und dort auf diesem Nachtreffen ist dieser offene Brief entstanden. Lesen wir, was Schwester Katharina Gans in ihrem Interview mit Katholisch.de dazu gesagt hat oder sagt, da kommen bestimmt noch weitere interessante Details ans Licht. Zum Beispiel erklärt sie, warum der Brief nach Rom geschrieben wurde. Sie sagt, die Mitglieder des Forums Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche beim Synodalen Weg haben sich in Frankfurt getroffen, also zu diesem Nachtreffen und die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren ausgewertet. Während dieses Treffens haben sie dann auf katholisch.de gesehen, dass die Liste mit den ernannten Personen für die Weltsynode veröffentlicht worden ist, haben das durchgelesen und haben festgestellt, keine Laien mit Stimmrecht aus Deutschland sind berufen worden. Professor Thomas Söding wurde als Berater benannt, aber er hat kein Stimmrecht. Das ist also auch nochmal ein wichtiges Detail. Er steht auf der Liste aber eben als Experte der Fakultätin. Uns Frauen fiel auf, keine Katholikin aus Deutschland ist stimmberechtig. Dabei hatten sich sechs der 14 Personen aus Deutschland, die an der Europäischen Kontinentalversammlung in Prag teilgenommen hatten, bereit erklärt nach Rom zu fahren und an der Welt-Synode teilzunehmen. Letztlich hatten wir dann aus dieser Gruppe Frau Stetter-Karp vorgeschlagen, weil sie in Prag vor Ort war. Dass dann aber die einzige Nominierung aus der deutschen Kirche nicht zum Zug kam, hat uns sehr gewundert. Auf die Nachfrage hin, warum sie das gewundert hat, gibt es ein Recht auf eine deutsche Teilnahme, sagt Schwester Katharina. Es ist eher in Rom bekannt, dass wir in Deutschland den dreijährigen Synodalen Weg sehr professionell und sehr intensiv gegangen sind. Dabei haben wir die systemischen und strukturellen Ursachen sexualisierter Gewalt beleuchtet und geschaut, welche Reformen eingeleitet werden müssen, um wieder glaubwürdig das Evangelium Jesu Christi bezeugen zu können. Mir erschließt sich nicht, warum man dann nicht eine hervorragende Vertreterin dieses Prozesses mit Stimmrecht an der Welt-Synode teilnehmen lässt. Sie ist wirklich hervorragende Vertreterin des Prozesses, weil sie natürlich mittendrin stand und das schon sehr verkörpert. Die Frage ist nur, das, was sie verkörpert, ist das in dem Sinne, wie Evangelisierung, wie Erneuerung aus dem Heiligen Geist heraus geschehen soll? Nein, das hat ja Papst Franziskus schon zu Beginn, noch bevor die erste Vollversammlung tagte, in seinem Brief an das Pilger Gottesvolk in Deutschland geschrieben und gesagt, wie das eigentlich aussehen sollte, wie das eigentlich laufen sollte. Er hat davor gewarnt, welche Auswüchse Reformen eben annehmen können, wenn sie allein auf struktureller Ebene bleiben, wenn es nicht darum geht, Synodalität nach seinem Verständnis eben umzusetzen, sondern eher einen parlamentarischen Begriff von Synodalität verfolgt und das ist eben geschehen. Hier sind auch viele andere Intentionen eingeflossen und deshalb hat man wohl ganz bewusst gesagt, wir sehen, da ist sehr viel nicht mit rechten Dingen zugegangen, das lassen wir dann. Und auf dem Kontinentaltreffen in Prag hat man ja gespürt, dass Irmirstädter Karp, die eben wirklich kein Blatt vor den Mund genommen hat, wofür ich ihr auch dankbar bin, weil sie dann die True Colors gezeigt hat und eben nicht versucht hat, eine Fassade aufrecht zu erhalten, sondern wirklich einfach auch die Krallen ausgefahren hat. Hat da auf jeden Fall für Unmut gesorgt und da hat man schon gemerkt, okay, das könnte Probleme geben. Deshalb kann ich verstehen, warum man so eine Nominierung nicht annehmen konnte. Ich versuche einfach, die andere Seite zu verstehen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also, um nachzuvollziehen, warum die einzige Nominierung aus Deutschland nicht berücksichtigt worden ist. Und das sagt dann auch der Interviewer hier. Nun hat der Synodale Weg der deutschen Kirche nicht den besten Ruf im Vatikan. Da meinte sie, dass der Papst kein Fan des Synodalen Wegs ist, wissen wir. Gleichzeitig ist es den Bischöfen nicht gelungen, ihn von der positiven Kraft dieses Weges zu überzeugen, obwohl viele es versucht haben. Die Nicht-Nominierung von Frau Stetter-Karp ist ein ähnlicher Affront wie die Tatsache, dass man das Präsidium noch immer nicht in Rom empfangen hat. Stattdessen werden für die Synode noch deutsche Bischöfe nachnominiert, bei denen ich mich schon frage, ob sie die Mehrheit der Katholiken und Katholikinnen in unserer deutschen Kirche vertreten. Es ist vielfach berichtet worden, dass der Papst sowohl reformorientierte Kräfte als auch konservativ eingestellte Kardinäle und Vertreterinnen in die Weltsynode beruft. Uns kommt die Frauenperspektive dabei zu kurz. Ist schon klar, was sie meint. Sie meint vor allem Bischof Oster, weil er zu den Minderheitenbischöfen gehört. Er ist ein Bischof der Minderheit, was die Vertreter des Synodalen Weges anbelangt. Aber es gibt viel mehr Katholiken in Deutschland, die sich von diesem Funktionärskatholizismus, der sich sehr stark verdichtet hat und offenbart hat beim Synodalen Weg, nicht repräsentiert fühlen. Von daher ist ein Bischof Oster vielleicht ein Minderheitenbischof beim Synodalen Weg gewesen, in Anführungsstrichen. Aber gehört durchaus zu den Bischöfen, die eine große Anzahl an Katholiken, an praktizierenden Katholiken vertritt, ihre Interessen vertritt. Von daher finde ich diese Aussage von Schwester Katharina Gans wiederum sehr entlarvend. Also die Frauen kommen zu kurz, die Frauenperspektive kommt zu kurz. Wenn man auf römische Stellungnahmen hört, soll es bei der Weltsynode aber gerade nicht um die Mehrheitsmeinung gehen. Es handele sich nicht um eine Umfrage, es sei kein Parlament. So dann die nächste Frage. Ich muss sagen, mir gefällt der Interviewer sehr. Er stellt die richtigen Fragen. Er provoziert Schwester Katharina damit vielleicht auch, aber das sind genau die Fragen, die gestellt werden müssen. Das ist Erwartungsmanagement und ein Teil der Vatikanischen Taktik. So Schwester Katharina. Es ist keine Taktik, sondern es geht um das Verständnis von Synodalität. Das verstehe ich da nicht so ganz, wie sie das jetzt einfach hier wieder auf strategisches Kalkül schiebt und gar nicht auf den Inhalt eingeht. Sie geht gar nicht darauf ein, was Synodalität bedeutet und dass das hier ja eigentlich gerade durch den Interviewer in wenigen Sätzen gesagt worden ist. Also sie schiebt es auf das Kalkül Roms. Rom spielt die Dynamik der Weltkirche herunter, um zu verhindern, dass die Enttäuschung danach groß ist. Die Enttäuschung wird aber groß sein, wenn es zu keinen tragfähigen Ergebnissen kommt und also sichtbaren Veränderungen in unserer Kirche. Auch Papst Franziskus muss verstehen, dass es in unserer monarchistisch-absolutistischen Kirchenverfassung an der Zeit ist, nicht nur auf das Volk Gottes zu hören, sondern es auch sichtbar zu machen in den Entscheidungen, die getroffen werden. Es braucht Reformen und Veränderungen. Das sagt doch auch der neue Chef des Glaubensdikasteriums. Zum Thema Stellung und Rolle der Frauen in der Kirche wurde es nicht unbegrenzt möglich sein, werde es nicht unbegrenzt möglich sein, sie immer nur zu hören und Beratungen einzuholen, ohne dann aber auch zu Konsequenzen zu kommen und sie Entscheidungen treffen zu lassen. Also sie verlagert diese Frage, die inhaltlich und grundsätzlicher Art ist, auf die Ebene der Strategie und des... also eigentlich wieder auf die kirchenpolitische Ebene. Dann geht es noch um die Nominierung einer Schweizer Frau, Frau Jebsen Spuler aus der Schweiz eben. Zudem ist beispielsweise auch die deutsche Ordensschwester Anna-Miriam Kaschner auf der päpstlichen Liste. Was trauen sie ihnen zu? Schwester Katharina sagt, ich kenne Schwester Kaschner nicht. Ich habe aber den Artikel von ihr im Nachgang zur Europäischen Kontinentalversammlung in der Herder Korrespondenz gelesen. Dabei hatte ich den Eindruck, dass sie nicht ganz versteht, wie wir hier in Deutschland auf den Synodalen Weg angegangen sind. Ich glaube, dass sie andere Schwerpunkte setzt und aus einer anderen Perspektive auf Deutschland guckt. Sie ist zwar Deutsche, lässt aber durch ihre jüngsten Äußerungen jeden traumasensiblen Blick auf Betroffene sexualisierter Gewalt in der Kirche vermissen. Dazu demnächst mehr, denn ich möchte noch auf einen anderen offenen Brief eingehen, den Johannes Norpoth verfasst hat. Und ich muss aber noch schauen, wie ich das aufziehe, denn das ist so ein Thema. Mit dem Norpoth habe ich eine etwas längere Vorgeschichte. Aber Klammer zu. Also sie ist zwar Deutsche, aber das hilft nichts, wenn sie nicht deutsch eingestellt ist, also von diesem Synodalen Weg Geist betroffen ist. Und sie war ja sehr unsensibel bei dieser Sache mit Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche. Und dann geht Schwester Katharina auf Jebsen Spuler ein, die viel stärker für Frauenanliegen einstehe und sehr vernetzt agiere. Sie versteht sich als europäische Stimme für Geschlechtergerechtigkeit. Sie formuliert klare Reformanliegen und fordert die Stärkung der Rolle von Frauen in der Kirche. Und dann eben eine interessante Frage. Bei Synoden wird ja viel diskutiert, wird vieles eingebracht und vieles reflektiert. Und so hatten die Synodenväter schon bei der Amazonasynode ja über Viri Probati nachgedacht. Und der Papst hat das Votum der Mehrheit abgelehnt damals. Also am Ende hieß es dann, es wird keine Viri Probati in den Amazonasgebieten geben. Der Papst ist ja nicht an das gebunden, was abgestimmt wird. Und daraufhin antwortet Schwester Katharina, wichtig wird bei dieser Weltsynode, die jetzt also stattfinden wird, vor allem die Bewusstseinsbildung der Teilnehmenden sein. Es muss dabei auch um den Austausch von divergierenden Argumenten und deren theologische Fundierung gehen. Nur so kann Verständnis füreinander geschaffen werden. Aber das ist ein bisschen was anderes als im Instrumentum Labores steht, glaube ich. Es geht nicht darum, dass wir Argumente austauschen und aufeinander eingehen in der Hinsicht, dass wir miteinander diskutieren und das, was quasi die besten Argumente am Ende unterm Strich hat, wird sich durchsetzen. Sondern das, was geübt werden soll, um Synodalität einzuüben in der Kirche, ist das geistliche Gespräch. Und bei diesem geistlichen Gespräch geht es darum, dass man das Positive, dass man bei dem anderen, bei der Wortmeldung zuvor zum Beispiel gehört hat, aufzugreifen, was hat einen besonders angesprochen. Also es geht nicht um theologische Debatten in der Hinsicht. Die ganze Methode ist ja ganz bewusst noch mal vorgestellt worden in dem Instrumentum. Also da wird sie, glaube ich, noch enttäuscht werden. Aber sie sagt, nur so kann Verständnis füreinander geschaffen werden. Also das ganze Geistliche fällt weg. Das hat den Reichtum des Synodalen Weges in Deutschland ausgemacht. Wir hatten Raum, uns auf argumentativer Basis zu begegnen. Naja, wenn gute Argumente kamen, die aber jetzt eben der Mehrheit nicht entsprachen, hat man eine Zeit lang sogar mit Karten gearbeitet, die dann schon hochgingen, bevor die Person überhaupt was gesagt hat. Und da hat man also sich mit den Argumenten gar nicht erst auseinandersetzen wollen. Oder es kam dann im Anschluss irgendwie so was wie, das können sie nicht ernst meinen und dann klatschten alle. Oder irgendwie in diese Richtung. Also man hat sich inhaltlich auch mit den Dingen, die über den eigenen Horizont gehen, nicht so wirklich auseinandergesetzt. Und dass man hier dann also vom Reichtum des Synodalen Weges in Deutschland spricht, naja. Oder argumentative Basis, dass man sich, man ist sich nicht begegnet. Ich muss sagen, die Dialogkultur auf dem Synodalen Weg war katastrophal. Sie sagt dagegen, dass bei der Kontinentalversammlung genau sowas gefehlt habe. Man hat sich viel zugehört und auch zwischendrin Gebetstillen eingebaut, aber es fehlte die inhaltliche Fundierung und Unterscheidung, die theologische Debatte, das Streitgespräch, die Auseinandersetzung. Weil sie andere Vorstellungen davon hat, wie man so eine Synode abhält. Also sie hat ein parlamentarisches Verständnis. Die geistliche Komponente, die das Ganze eben zu etwas Speziellem macht, das geistliche Gespräch ist eben diese Methode, die dort eingeübt werden sollte, die sagt ja anscheinend einfach gar nicht zu. Das ist aber etwas gänzlich anderes als das, was man auch so im Bundestag zum Beispiel sieht, wenn man da dann diskutiert oder in irgendwelchen anderen Versammlungen. Und das ist es aber, was Synodalität ja unterscheidet von weltlichen Debatten oder, also ich sag mal weltlichen Versammlungen, in denen man zusammenkommt, um eine Sache zu diskutieren. Und dann aber noch die interessante Frage, was die Weltsynode von Deutschland lernen kann. Und sie sagt dazu, und das wird jetzt interessant, um einfach nochmal zu sehen, wie die Haltung ist. Für sie einfach auch, dass sie das hören. Die Weltsynode sollte vor allem lernen, dass der Missbrauchsskandal die Glaubwürdigkeit unserer Kirche bis ins Mark erschüttert hat und Evangelisierung nicht gelingen wird, wenn wir nicht auch systemische und strukturelle Veränderungen vornehmen und aufhören, das eine gegen das andere auszuspielen. Das ist aber eigentlich Unterstellung, dass das eine gegen das andere ausgespielt werde. Es ist vielmehr so, dass die Weltkirche sagt, es ist wichtig, dass man das Thema angeht, klar. Aber wir können nicht dafür die Strukturen, die hierarchische Struktur, die zum Beispiel also direkt auf Christus selbst zurückgeht, dafür instrumentalisieren. So geht das nicht. Oder andere Argumente. Es geht also um Argumente. Es geht um begründete Zurückweisung dieser Haltung. Das hat der Synodale Weg in Deutschland gezeigt. Das ist aber auch in vielen anderen Ländern sehr bewusst formuliert worden. Wenn der Vatikan und die Synode die Zeichen der Zeit ernst nimmt und die Missbrauchsskandale sind ein Zeichen unserer Zeit, dann muss man die strukturelle Verfassung unserer Kirche ändern. Man muss Partizipationsstrukturen schaffen, Macht- und Gewaltenteilung in den Blick nehmen und letztlich auch die Zulassungsbedingungen zu den Weiheämtern überdenken. Hier wird eben etwas zusammengebracht, was eigentlich so, so eben die Weltkirche, nicht miteinander zusammenhängt. Ohne Geschlechtergerechtigkeit wird die Zukunft unserer Kirche nicht gelingen, sagt sie. Die Nichtberufung von Frau Stetter-Karp zeigt, wie wenig Sensibilität dafür vorhanden ist. Sie ist aus meiner Sicht eine Klatsche gegenüber dem Anliegen des Synodalen Weges. Also, man ist vor allem deshalb so echauffiert, weil der Synodale Weg einfach nicht genug Anerkennung findet. Denn durch die Nicht-Nominierung von Stetter-Karp wird damit auch der Synodale Weg geschmälert. Oder ich sag mal, darin zeigt sich auch die Haltung Roms gegenüber dem Synodalen Weg. Schauen wir in diesen offenen Briefchen nochmal genauer hinein und schauen das Ganze auch mal detaillierter an, wird uns auch bewusst, dass die Nichtberufung von Irmelstetter-Karp noch einen wichtigen strategischen Grund hat. Weshalb man eben jetzt so reagiert. Und zwar ist es so, dass Irmelstetter-Karp die Anliegen des Synodalen Weges hätte in die Welt Synodale einbringen können. Und das war ja die große Hoffnung, dass man die eigenen Erkenntnisse, in Anführungsstrichen Erkenntnisse, auf weltkirchlicher Ebene verbreiten kann. Und dann, das war auch schon so eine Vermutung oder zumindest eine Einschätzung von mir vor ein paar Monaten, dass es sein kann, dass man also gemerkt hat, gut, Rom ist uns nicht gut gesinnt. Der Papst hat bei seinem Treffen, also bei unserem Treffen jetzt nicht gerade so sich verhalten, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir konnten auch beim interdikasteriellen Treffen nichts ausrichten, was wir eigentlich wollten. Wir wollten in Rom ankommen und alles möglichst gut darstellen. Und nun ist es so ausgegangen. Dann gab es ja auch die offenen Briefe von einzelnen Bischöfen und Bischofskonferenzen, dass man dann also gesagt hat, wir müssen einen Strategiewechsel hinlegen und die Weltkirche für uns gewinnen, damit wir mit der Weltkirche zusammen Druck auf Rom ausüben können. Damit unsere Anliegen umgesetzt werden. Nun ist ihnen hier ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, weil sie ihre Anliegen in Rom nicht vertreten können. Zumindest nicht durch Irmestädter Karp, die ja eigentlich eine Protagonistin des Synodalen Weges darstellt. Bischof Betzing wird da sein und Bischof Oberbeck sind, die zwei sind ja schon auch sehr aktiv für den Synodalen Weg immer eingestanden und können das also ganz gut. Aber Bischof Meyer ist ja eher so, sag ich mal, Bischof Meyer kann man nicht als Aktivist für den Synodalen Weg verwenden. Einfach weil es hier um eine Weltsynode geht und wenn eine Weltsynode stattfindet, wird ein Bischof Meyer, also Bertram Meyer als allererstes sich da dann auch fügen und dementsprechend eher distanziert zum Synodalen Weg stehen. Und Bischof Oster ist ohnehin einer der, wie gesagt, einer der Minderheitenbischöfe, der immer wieder selbst beim Synodalen Weg sich kritisch geäußert hat. Der wird jetzt auch die Anliegen des Synodalen Weges nicht dort einbringen und dafür sorgen, dass das auf weltkirchlicher Ebene irgendwie Früchte trägt. Von daher stehen Bischof Betzing und Bischof Oberbeck so ziemlich alleine da. Wir haben noch Söding, aber er ist ja, wie gesagt, nicht mal stimmberechtigtes Mitglied. Er kann aber natürlich seinen Senf dazu geben. Da bin ich schon gespannt, was da passiert, aber dass sie einfach das auch mal vor Augen haben, was für einen strategischen, also welche strategischen Auswirkungen das hat, wenn Stürm-Irmestädter-Karp nicht mit dabei ist und auch keine andere Katholikin, also keine Laienabgeordnete, die unter anderem auch beim Synodalen Weg war. Ich finde diesen Brief deshalb so interessant, weil er sehr entlarvend ist. Einerseits, weil man die eigene Strategie sozusagen offenbart, indem man sagt, ja, die hätte uns ja mit dem Synodalen Weg dort vertreten, also die Synodalen Wegs anliegen und dass sie dann auch nur die Sachen mit Helena Jebsen Spula loben, aber eben Schwester Mirjam Kaschner nicht erwähnen, obwohl sie ja auch deutschsprachige Katholikin ist, die ernannt worden ist. Also man zeigt schon ziemlich, in welche Richtung das geht und deshalb glaube ich, dass so ein offener Brief in Rom eher nach hinten losgehen würde. Aber ein offener Brief ist ja nicht in der Hinsicht wirklich primär an die Adressaten gerichtet, die da auch oben stehen, sondern an die Öffentlichkeit gerichtet. Es geht also um die Öffentlichkeit, die man für sich gewinnen möchte. Dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen und zwar hat Maria 1.0 sehr schnell reagiert. Maria 1.0 hat sich diesen offenen Brief durchgelesen und festgestellt, das ist eigentlich eine Steilvorlage, einen offenen Brief auf den offenen Brief zu formulieren und hat dann ganz schnell, wirklich sehr, sehr schnell reagiert mit einem offenen Brief auf den offenen Brief, den ich Ihnen auch verlinke. In der Infobox können Sie gerne nachlesen. Auch gerichtet an diese drei Personen, die in dem Brief der Frauen aus dem Frauenforum formuliert worden ist. Und in diesem Brief greifen Sie die Formulierungen auf und danken diesen Personen dafür, dass Irme Städter-Karp nicht nominiert worden ist und nennen dann auch verschiedene Gründe, warum das der Fall ist. Und zwar vor allem deshalb, weil sie sich schon in der Vergangenheit einiges zu Schulden hat kommen lassen, auch mit den Äußerungen zu der Sache mit der Abtreibung. Dazu habe ich auch mehrere Videos im letzten Jahr gemacht. Das war auch im Sommer, also Sommer 2022. Und natürlich auch, was den Synodalen Weg anbelangt. Sie greifen auch eben diese Argumente auf, die die Frauen in dem offenen Brief formulieren, zum Beispiel, dass Irme Städter-Karp den deutschen Laienkatholizismus vertrete, dass das überhaupt nicht der Fall sei. Dass es viele Menschen gibt, die sich überhaupt gar nicht von ihr repräsentiert sehen und sogar nicht mal ganz, ganz viele Normalkatholiken in Deutschland nicht mal wissen, dass es das ZDK gibt. Das ist einfach so eine spezielle Sache. Und das ist so eine Bubble, die besteht. Also man kritisiert diese Punkte indirekt natürlich, greift diese aber auch auf, um zu zeigen, um das Ganze in ein etwas realistischeres Licht zu rücken, dass man sagt, naja, so repräsentativ ist das alles nicht. Viele wissen ja nicht mal, was ein ZDK ist. Und dass auch die Deutschen nicht unbedingt gut ankamen, besonders ihre Ideen nicht ankamen bei dem Kontinentaltreffen in Prag, dass dort auch die Art und Weise, wie diese gefordert wurden. Also Irme Städter-Karp, die hat ja mit ganz vielen Vorwürfen sogar gearbeitet und Leute direkt angegriffen bei ihren Wortmeldungen. Das kam überhaupt gar nicht gut an. Deshalb kann man natürlich auch verstehen, dass dann jemand, der so auf Krawall gebürstet ist, nicht unbedingt angenommen wird, also so eine Nominierung da nicht angenommen werden kann, weil sie einfach zu kontrovers ist und weil sie vielleicht auch nicht dem entspricht, was die Weltsynode möchte oder was der Papst sich unter Synodalität vorstellt. Was ich auch vergessen habe zu sagen und das steht aber jetzt auch in diesem offenen Brief, auf den offenen Brief bei Maria 1.0, dass nämlich nicht nur Bischof Oster, sondern auch Kardinal Müller benannt worden sind oder ernannt worden sind und dass das begrüßt wird, weil die zwei wirklich viele Katholiken in Deutschland vertreten. Das muss man einfach sagen und zwar mehr Katholiken als Irme Städter-Karp, denn da geht es dann wirklich um praktizierende Katholiken. Ich sage nicht, dass es die besseren Menschen sind, das möchte ich gerne betonen, aber es sind zumindest jene Katholiken, die willens sind, die Lehre der Kirche anzunehmen und die sich zumindest bemühen, nach den Geboten Gottes zu leben, die eben nicht nur irgendwie angestellt sind in der Kirche und für die Kirche arbeiten und Dinge schaffen, ohne sich wirklich mit der Kirche auch identifizieren zu können. Ich meine jetzt wirklich Katholiken, die auch im Herzen Katholiken sind, die ihre Kirche lieben und die sich zumindest bemühen. Es geht hier um eine grundsätzliche Entscheidung, eine Grundentscheidung von Anfang an. Möchte ich diesen Weg gehen oder habe ich überhaupt, also oder gehe ich diesen Weg gar nicht und das ist in erster Linie ein Weg der persönlichen Beziehung mit Jesus, der ohne seine Braut nicht zu denken ist und seine Braut ist die Kirche. Das meine ich damit, wenn ich sage, Kardinal Müller und Bischof Oster vertreten wirklich viele Katholiken in Deutschland, weil es wirklich Katholiken sind, die sich auch als katholisch, gerne als katholisch bezeichnen und nicht auf die Kirche schimpfen. Also herzliche Einladung, auch diesen Brief zu lesen als Reaktion auf den offenen Brief, der nicht nur Kritik beinhaltet, auf kreative Weise eben diesen offenen Brief kritisiert, den die Frauen aus dem Frauenforum des Synodalen Weges verfasst haben, sondern der auch nochmal andere Punkte hineinbringt, nämlich zum Beispiel, was ist denn mit dem ZDK? Ja, wie groß ist die, wie bedeutungsvoll ist die Rolle des ZDK wirklich und was möchten die Katholiken in Deutschland wirklich? Ich halte sie auf dem Laufenden und beten wir einfach für die ganze Sache, beten wir sowieso in Vorbereitung auf die Weltsynode, möge der Wille Gottes geschehen, er ist Herr der Kirche, er lenkt die Kirche und möge er durch den Heiligen Geist wirklich präsent sein und einlenken, wo es komplett in eine falsche Richtung verläuft. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen, seien Sie behütet und beschützt, machen Sie es gut! Bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Video!